Hey Leute und willkommen zurück zu Minecraft Season 2. Ich bin hier in meinem Bunker, aber hab jetzt endlich ein besseres Texture Pack und mach mich jetzt auf den Weg nach Hause. Mit dabei natürlich Tobi und Flori. Hallo. So. Flo stinkt noch Fisch. Okay, kann mir jemand die Koordinaten sagen? Am besten du, Tobi. Ja, ich bin immer in der Höhle. Weißt du, mein Inventor ist voll. Flo, du hast wieder nicht, Alter. Was machst du denn? Ja, du hast bei mir auch Eche und ich hab bei mir auch Eche. Ja, das liegt aber an dir. Ja, was soll ich denn dagegen machen? Ähm, am besten mir die Koordinaten sagen, Tobi. Ja, mach ich. Tobi ist jetzt besser? Flo, ja. Naja, eigentlich nicht. Nervs. Oh, mein Vater. Ähm, okay. Renn ich in die Richtung? Was ist denn du schlugst? Nein. Minus 472? Ernsthaft? Ja. Loll. Dann bin ich, dann bin ich bei X ziemlich nah dran. Dann bin ich bei X. Ja, ja, da ist mein Berg. Okay, dann, ähm... Y minus 189. In die Richtung. Alles klar. Dann habe ich nur 300 Blöcke zu laufen. Was kriegt man denn da? Minecraft Toll Glass. Snowy Falls. Was man alles angezeigt kriegt jetzt bei F3. Das ist schon lustig. So. Ich weiß noch, dass Spitzack ist gut. Was verdient. Na, ich glaube, ich sehe schon die Berge. Woher bist denn du? Ähm, ich komme aus dem Sumpf. Also, wie sieht es um dich herum aus? Sumpf und ich sehe aber, glaube ich, Steinberge. Also, es müssten... Steinberge. Ja, es ist so ein riesiger Berg quasi. Ja, ja, ja. Also, bitte nicht die auf dem Berg direkt nebenan gehen. Weil hier wollte ich dann wo was cooles nach oben. Ich will auch in eine Graslandschaft. Du bist unwichtig. Ich will auch in eine Graslandschaft. Ja, ja, gibt es hier nebenan, Torben. Mhm. Da kannst du gar nicht. Da, wo ich schon bin. Nein. Hä, du bist voll weit weg. Was? Dann gehe ich auch neben dich. So. Weil bei mir ist... Ist das der Berg, der ziemlich krass aussieht? Ja, der sieht krass aus. Jetzt kommt drauf an, was du als krass bezeichnest. Ja, das ist so ein Teil... Der ist quasi so... Hä? Äh, ist das so ein fetter, einfach ganz normaler Berg? Oder ist das so einer, wo ein Teil in der Luft schwebt und nur mit einer Säule gehalten wird? Äh, ja, da schwebt ein kleiner Teil, glaube ich, auch in der Luft, ja. Ja, dann bin ich, glaube ich, richtig. Äh, ich weiß ja auch Koordinaten. Äh, die Tiere hier erstmal nicht drumherum killen. Dann können... Ich habe Koordinaten, das stimmt natürlich. Dann kann ich mir ja auch ein paar hochholen oder so. So, ähm... Minus 472... Ach, dann ist das der da, glaube ich. Ja, das ist der. Okay, ich dachte, du bist auf dem krasseren Berg. Äh, das ist so ein... So, ja, du kommst wahrscheinlich da von der anderen Seite. Bei mir schwebt nämlich auch was in der Luft. Achso, das kann sein. Also noch keine Tiere zu killen, ne? Ja, ja. Ich habe ja eh genug Essie, Essie. Machen hier so viele Mops? Scheiße. Das sagt Tom aber auch immer. Immer wenn er so drei Leben verloren hat, ich sterbe. Nein, ich habe mich eingebaut. Autsch. Aber das sagt Tom wirklich. Immer wenn er so drei Leben verloren hat, ich sterbe. Doch. Nein. Bei der ersten Folge hast du das gesagt. Äh, wann? Ich habe mich ja nur eingebaut. In der ersten Folge. Nein, das ist Quatsch. Doch. Nein, das ist kein Quatsch. Doch. Ah ja, hier sind Fackeln. Das sieht gut aus. Und da ist eine Kiste. Äh, ja, also auf dem Berg nichts. Ah, ne, ist keine Kiste. Sind zwei... Ah, doch ist eine Kiste. Die werde ich erstmal looten. Erstmal looten. Dummdi, 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 dummdi. Eine Enderperle, 30 Eisen. Nein. Okay. Ähm. Ja, dann suche ich mir mal eine Landschaft aus. Oh, aber die schneit es ja. Okay, da ist die Graslandschaft. Ist die sehr groß? Weil dann muss ich nicht mehr aufrennen. Ich finde die eigentlich, die sieht ziemlich scheiße aus. Doch nichts gegen die Graslandschaft. Für eine Graslandschaft sieht die, äh, nicht so für mich mein Gesch... Ach, die da sieht vielleicht nicht... Ja, dann kann ich da hin. Die da sieht auch besser aus. Ja, die sieht besser aus. Ja. Jetzt muss ich nur noch vom Berg wieder runter. Warum bin ich überhaupt draufgegangen? Ich verstehe das nicht. Aber runter geht leichter. Auch wenn man ein bisschen Fallschaden dabei kriegt. Oh mein Gott, mein Stripmein ist voll erfolgreich. Ich hab schon irgendwie, keine Ahnung, wie viel Gold gefunden. Sechs. Also jetzt gerade, beim Runterbauen. Auch für 13, ne? Möchte dir gern. Äh, 30, Tobi, 30. Stimmt. Ich vergesse das immer. Das ist auch nicht, was mit mir los ist. Jetzt musst du wieder hochlaufen. Ja. Das ist echt so. Hättest du immer nachgedacht. So, man hat seinen Tech-Tapack geändert, ne? Jetzt endlich wieder HD. Oh, das sieht gut aus. Ja, hier Flo, hier ist eine große Graslandschaft. Ah gut, das ziehe ich dann auch hin, weil ich will so einen H-Mauern hochmachen. Wo man auch nicht die hässlichen Berge sieht, wo Lava rauskommt. Äh, du kannst einfach auf die andere Seite, Flo. Da brauchst du halt auch gar nicht so viel Platz. Ne, ich will auch noch später das vergrößern, also so richtig das große Baum. Ah, super. Flo, ich leb mit dir als Nachbar. Ja, wir haben ja auch in der ersten Versuch der Season 2 gemacht. Das stimmt. Da hatten wir sogar noch so eine wunderschöne Brücke, ne? Ja, die ob ich überhaupt... Ne, wir beide waren. Das war unser Gemeinschaftsprojekt. Doch. Aber ich hab das in Arbeit gebracht. Ja, das stimmt. Wie heißt das? In Auftrag aufgegeben. Oder auf welcher Höhe muss man... Ja, ich mach immer auf 9 oder 10. Ne, 11. Ich bin immer auf 11. Ja, ich würde nämlich auch 11 sagen, aber... Ich bin immer auf 11. Wie man? Du findest tausende Diamanten. So, Kürbisse hab ich. Für Kürbiskuchen. Ey, kenn... Ah, nee, ich hab hier selber schon. Zuckerrohr hab ich. That läuft. Oh, du brauchst noch Wiener. Ja, das stimmt. Aber die hab ich eben auch schon gesehen. Und den Gang... Ja, Kürbiskuchen will ich nämlich auch essen. Zwei. Ja. Dann haben wir dieselbe... Wow, Lava. Dann haben wir dieselbe Lava. Äh... Ja gut, dann mach ich mich jetzt mal langsam auf Obsidian suchen, ne? Ah, nee. Ich crafte mir erstmal eine volle Diarrüstung. Obwohl... Erstmal baue ich mir einen kleinen Unterschlupf. Aber hier ist Birkenwald. Ohne Spaß. Überall nur Birkenwald. Was soll die Scheiße? Du musst auf meine Seite quasi vom Berg gehen. Ja, am Arsch renne ich nochmal 100 Blöcke wieder zum Berg. Ich renne halt 100 Blöcke in die andere Richtung, die ich noch nicht kenne. Stopp. Zuerst möchte ich kennen die Koordinaten von der Kiste, wo meine ganzen tollen Sachen drin sind. Weil wenn ich die verlieren würde... Mh... Jep, hier kann ich hinterher gut wohnen. Gut, da ziehe ich auch hin. Jaja, klar, ist ja kein Problem. Hier ist... Die Ladenschaft ist groß genug für uns zwei. Gut. Dann war ja hinterher mein großes Projekt auch zur Not gemeinsam. Weil ich wollte ja so eine Stadt später richtig bauen. Mh, so ein kleines Dörfchen, ne? Ja, sowas wollten wir ja eigentlich nicht machen. Aber egal. Hä, warum? Ja, wollten wir das nicht? Wir wollten, wir können ja für uns alle, also alleine ein schönes Haus bauen, ne? Und dann, äh, können wir auch ein bisschen zusammenbauen. Achso, du meinst jetzt, dass zwei von uns zusammenbauen, oder was? Oh, ich hab ein Dorf gefunden. Flo, in der Graswandschaft ist ein Dorf. Wir brauchen gar nichts mehr zu bauen, ne? Komm, jetzt geben wir nochmal zwei, drei Dias in der Schmiede hier. Dass es gar keine Schmiede ist. Doch, ist wohl eine Schmiede. Ne, aber dafür eine Eisenbrustplatte. Fünf Obsidianen. Ich brauch keinen Obsidianen mehr fahren. Ähm, und noch eine Eisenspitzhacke Gold. Ja, von der Enchantment Table. Ja, aber, ja, aber erstmal nicht. Ich hatte jetzt keinen Bock, wieder eine Höhle. Der tauscht 18 Wolle für einen Smaragd. Der tauscht 14 Schweinefleisch und 17 Hühnerfleisch für einen Smaragd. Der tauscht 11 Leder für einen Smaragd. Ey, der tauscht 16 Schweinefleisch für einen Smaragd. Doll, da tut man ja voll Smaragd. Der tauscht 38 Rottenfleisch für einen Smaragd. Dich bei euch haben. Nein, Rottenfleisch schmeiß ich immer weg. So, wir bauen jetzt eine Monsterfalle. Nein, wir bauen nichts zusammen, Tobi. Ja, ich mein, das war nur ein Spass. Hä? Habe ich irgendwas gesagt? Ne, aber du warst wahrscheinlich kurz... Ich baue auf jeden Fall wieder eine Monsterfalle. Wenn ich einen Spawner finde, denke ich. Also, dann meinst du XP-Farm oder Mob-Farm? Ja, dass man umstellen kann. Entweder XP oder Items. Weißt du, dann hast du einen Schalter mit einem Piston, der fährt dann entweder einen Block hoch oder... Das ist krasse Technik. Es wird Nacht, Ton. Ja, geil, hier in der Höhle ist in einem Wasser... ...bord einen Tintenfisch gespawnt. Ja, auf jeden Fall, ich lege wieder geil los. Erstmal, erste Aufnahmesession. Mit dir ist voll ausgerüstet. Dann ein Dorf gefunden. Ja, das ist ja jetzt die zweite. Ja, ja. Ist mir egal. Hauptsache gefunden, noch. Hm. Gott sei Dank, ich habe zuerst erkundet, ey. Und hier wird ganz viel Eichenholz mitgenommen. Das darfst du ja benutzen, darfst. Äh, das darfst du ja benutzen, ich wollte nur die Sachen aus der Kiste haben. Oh, das war ja auch nicht drin. Ja, aber ich muss jetzt nicht in eine Höhlung, um Obst du dir anfühlen, für den Säuberstisch zu fahren. Ja, das stimmt. Ich glaube, du bist nur dann. 26. Nein, du bist ein Level mehr als ich. Ja, ich bin jetzt auch. Warte, komm her, Redstone, du musst mir mehr Level machen. Ach, du bist auch noch? Ach ja, du machst ja Stripmine. Alter, kann es mal bitte aufhören zu regnen, das ist echt frustrierend. Ich glaube, ich bin so wie die Norweger, wenn es immer dunkel ist und begeg gleich Selbstmord. Die ganze Zeit, den ganzen Tag schon ist es am Regnen. Was soll die Scheiße, denn da kommt mir so vor wie hier. Bei uns regnet es gar nicht. Achso. Ja, im Spiel jetzt. Aber bei uns regnet es eigentlich auch den ganzen Tag. Also jetzt gerade. Und ich bin Fahrrad gefahren. Ja, ich war, wo war ich, wo war ich, wo war ich? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich war nicht. So, ich war nicht. So, jetzt würde ich mir mein Level 30 ab und dann verzaubert nachher mein Tierschwert. Oh, Alter. Oh, Alter. Das war ein leichter Schreckmoment. Seile brauche ich für einen schicken Bogen, genau. Hasen. Ja. Hey, hier sind ganz viele Hasen. Die lasse ich mal am Leben, ne Flo? Für deinen Bauernhof oder so. Ja, Tiere ab jetzt am Leben lassen im Moment noch, ne? Ne Flo? Dann, aber dann kriege ich hinterher bestimmt auch zwei Hasen. Ja, auf jeden Fall. Okay. So, man kann die mit Möhren züchten. Ja, ja. Hier sind auch ganz viele Kühe, Schafe. Oh, das ist so. Aber ich vermisse Hühner hier ein bisschen. Vor allem, weil die extrem wichtig sind. Wofür auch immer. Was hat er eben noch mal erzählt? Genau, Kürbiskuchen und Pfeile. Weil vor allem Kürbiskuchen gibt viel. Hexe. Und wenn man die dann 64 hat. Die Hexe. Ich meine. Die Hexe denkt sich. Die Hexe werde ich mir eh nicht machen. Ja, ich mir schon. Und ich habe jetzt. Machst du dir keinen Bogen? Ich habe jetzt endlich. Es bringt einen Bogen da nichts. Klar. Natürlich. Wenn du eine Endlichkeit hast, dann so. Oh, ich bin hier am Gebirge rausgekommen. Dann bau das Loch bitte wieder zu. Lass das extra mal auf. Oder mach das mit so einem Kobbelstern zwei Hohen zu. Das sieht auch immer schön aus, wenn das in der Welt rumsteht. Dann noch eine Fackel drauf. Ich hoffe, ich bin beim Gebirge. Tobi, sag noch mal die Cordis. Ich stehe im Chat. Mal Level 27. Warum gehe ich mir nicht ein Level höher? Ich tötte so viele Scheiß-Skelette und so. Uncool. Hi. Ja, ich denke, wir wollen hier nochmal zum Dorf, deswegen besser ich das mal auch. Ja, Hühner? Lass Hühner leben. Äh, Hühner leben. Äh, ich bin nicht in unserem Gebirge. Achso. Oder nee, da, nee, das ist so ein Leben. Ja, ja, das ist, ja, ja, genau. Ja, okay. Ey, die Zombies, nein, die Zombies haben die Villager-Töte zerstört. Da wir, die, Alter, sind das viele. What the fuck, die armen Villager, äh, wie die sich da belagert fühlen müssen. Ja, Creeper, komm mit mir, kannst dich ruhig anlegen. Ich sag dir jetzt schon, du hast keine Chance, du bist auch direkt tot. Die Flort der Creeper, eine reelle Chance. Da hat er explodiert, doch. Und ich bin aus der Reichweite. Äh, ja, stimmt, hier gibt es ja jetzt auch Kartoffeln und Mörr und so'n Scheiß. Oh, cool. Ich hab schon eine Kartoffel.